Ja, Jonas, der TSV Just hat jetzt angefragt gehabt, was denkst du darüber, nach den ganzen Jahren, die ich hier bin, würde ich, glaube ich, am Ende meiner Karriere doch nochmal einen Schritt wagen, weil ich glaube, das ist etwas Großes da zu spielen, bei so einem großen Spiel dabei zu sein. Also Stefan, du weißt, wir haben nochmal sämtliche Angebote ausgeschlagen, weil du hier eine unglaubliche Wertschätzung genießt und wir haben Madrid oder Barcelona anfangen und weißt du, bei sämtlichem Geld ein klares Nein und die TSV Just müssen wir natürlich nochmal überlegen, was der herzlichste Wunsch ist. Okay, dann kann man nochmal drüber sprechen. Nee, 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 nee.